Wie lange dauern in der Regel meine Tage? Kann ich mit einem Tampon Sex haben? Wie führe ich einen Tampon richtig ein und welche Größe brauche ich überhaupt? Kommen dir diese Fragen bekannt vor, dann bist du hier nämlich genau richtig. Abonniere den Channel auf YouTube und Instagram, um nichts mehr zu verpassen.